Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Watchdogs. Ja, schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Und ich würde sagen, wir machen hier mal standardmäßig Wide Air. So, wir gucken mal, ich habe nämlich eine kleine Idee. Moment. Okay, das ist die Knifter. Was haben wir denn noch hier so verknarren überhaupt? Moment, da muss ich mal ganz kurz hier was schauen. Halbautomatische Schrotflinder haben wir noch. Okay. So, packen wir es mal wieder weg. Ich habe nämlich mal mir so die Kommentare wie immer durchgelesen. Und hat mir so überlegt, da hat auch jemand gar nicht so Unrecht gehabt. Und zwar, der hat gesagt, es gibt ja auch Waffen mit Schalldämpfer. So, und wartet mal, wir fahren jetzt hier mal in den Waffenladen. Und da, what the fuck hier. Fett Rap, Alter. Oh, yeah. Ja. Aber er wird nicht im Altersheim. Wie nice ist das denn? So, na gut, egal. Ja, wenn ihr hier gerade mit Grappen beschäftigt seid, nehme ich mir mal kurz das Auto. So, okay. Wir müssen mal wieder was für unseren Ruf tun, Leute. Das kann so nicht weitergehen. Da ist nämlich ganz schön nach unten wieder gefallen. So, Moment. Komm hier, grün, fahr. Bang, Bitch. Okay. So, wir fahren erst mal primär zum Waffenladen. Das ist auf jeden Fall jetzt erst mal wichtig. So. Wo ist der Waffenladen? Da ist der Waffenladen. Mal mal aussteigen. So, und dann gehen wir hier mal schön in den Waffenladen rein. Ist er das hier? Ne, ist er das? Wache doch gar nicht. Wo ist er denn? Hier ist er doch, oder? Ja. Ja, Alter. Ich brauche Gnaden. Gib mal Knifte. Einkaufen. So, was haben wir hier Schönes? Ah, guckst du hier. Moment. Granatwerfer. MPs. Oh, eine Spec Ops mit Schalldämpfer. Okay, kann man sich nicht leisten. Pistolen. Spec Ops. Die haben wir ja. Na eben. Wie macht man denn da den Schalldämpfer drauf? Muss ich jetzt mal blöd fragen. Scharfschützengewehre. Oh, könnte man... Oh, oh. Papa. Das wäre natürlich auch mal eine kleine Hausnummer. Das kaufe ich. Moment. Dragula. Okay, die nehmen wir. Komm. Ausgerüstet. Okay, Schrotflinten haben wir ja auch. Sturmgewehre. Moment. Scharfschützen. Brauchen wir ja Munition. 70 von 70 ist voll. Alles Gute, danke. Muss ich trotzdem mal schauen. Wie mache ich den Scheiß Schalldämpfer hier drauf? Oh. Alter, das geht immer richtig geil durch die Mitte. Ich will jetzt hier einen Schalldämpfer draufschmeißen. Geht doch. What the fuck? Entschuldigung, tut mir leid. Ich war's nicht. Sorry. Ähm. Hallo? Kannst du zurückkommen, bitte? Vergiss es einfach. Egal. So. Hast du ein Problem? Ja. So. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück zur Storyline wieder. Und zwar einmal hier hin. Ins Versteck. Genau. Und auf geht's. Hoppala. Das war ein bisschen sehr übermütig. Ja. Alter, tanzt er vorhin rum wie Michael Jackson. In seinen jungen Jahren. Und ja. Ich soll er nun ausweichen. So. Kommt auf geht's. Bin echt gespannt, wie sie in der Story weitergeht. Weil die Flecht mich zur Zeit absolut so krass geil. Der Pfad. Jawohl. Ob ich ihm glauben kann? Ich weiß es nicht. Egal. Ich hab leider keine Wahl. Wir haben die ja noch. Keine Wahl. Der Pfand. Hier ist der Pfand. Guten Tag. Achso. Das ist ja mein Versteck. So. Starten wir einfach mal jetzt hier. Akt 2. Das ist mein Handy-Laden. Kurz mal übergucken. Zeit, damit haben wir Low-Job. Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Genau da. Mist. Was ist... Hey. Ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Endlich kommt die auch mal wieder, ey. Mir platzt bald der Schädel. Ja? Okay, komm hier. Sieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht. Die Datei ist kaputt. Hast du nie Idee, wie ich es abspielen kann? Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original. Ich lass ne Suche über den C2S-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaub nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Eine IP-Adresse? Ja, die hab ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden? Antworte. Ich tue nichts, bis du mir... Er hat sie entführt, Clara. Er, 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 er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchen. Der. Damien Branks. Ich... Ich kann nichts tun. Ich... Ich werde jetzt gehen. Wir reden später. Gut, wenn du fertig bist. Komm her. Komm her. Na, lass uns ins Licht gehen. Was ist denn los? Ups, da ist er tot. Wow, 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 schnell raus, 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 raus. What the fuck, ey, hab ich gar nicht gesehen, hab grad die Waffen gewechselt, was sah das aus? Da drüben, der Balkon. Alter, was geht noch ab mit euch? Will ich gar nicht. Tröchte sind besser, nicht? Boah, ich bin gleich tot, ey, was geht ab? Da oben. Ich leh' da grad nach. Das ist ja gleich ein Hurensohn. Hey, geht das weg? Okay, nice, die Hammer. What the fuck? Da ist ja auch noch einer. Ach, fick doch die Weibfee, das kann doch nicht wahr sein. Mensch, muss denn da schon wieder los? Muss ich mich erst wieder warm schießen, oder wat? Wo ist dein Auto? Hier, da. Da drüben, der Balkon. Ah, schlecht ist es weiter. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Oh, Headshot. Na, geh doch mal rein hier, du blödes Teil. Viel Spaß damit. Ich krieg ja schon alle. What? Wo ist der Pisser? die straße die straße wusste ich das schon ja dann wurde etwas denn kameras man ich habe auch genau so habe ich mitgenommen Die kommen von vorne. Nice, Baby. So nice. So nice. Alter, guckt euch die roten Punkte an. Was ist da unten los? Ist das hart, ey. Letzten Standort des Ziels erreicht. Schieße weiter. Scheiße. Scheiße. Heilige Scheiße. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Wo ist dieser? Oh, 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 oh. Ja, nice. Boah. Ach, jetzt will ich mein Geld im Voraus. Ach, gut, fuck. Was ist denn der? Kommen wir ein bisschen runter. Kleine Biatch. Ist das, sitzt der da? Nice. Wo ist denn der Wagen? Ah, da vorne. Boah, Leute. Wo ist denn die? Wo ist denn die? Wo ist denn die? Kommt doch vor. Kommt doch. Wo ist denn von der, was zeerlich? Scheiße, das war Fail. Boah, fuck, 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 fuck. Shit! Ist sie tot? Ist sie tot? Oh, leck mich am Arsch. Gib mir da mal die Knarre jetzt her. Da hinten ist einer, da hinten ist einer, da hinten ist einer. Irgendwo da hinten ist einer, oder? Alter, das Auto, das fliegt auch gleich in die Luft, wenn das so weitergeht. Wo sind die? Einer noch. Okay, nice. Was, den habe ich auch? Gute Scheiße, Digga. Komm, du Kleiner. Biatch. Was ist genau für uns? Egal, komm, wir hauen ab. Komm, das ist dein Auto hier, jetzt, mach. Wie, ich erledige eskortieren? Dann kommen sie aus dem Umfeld des Motels. Okay, 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 ich muss entkommen, ich muss entkommen, ich muss entkommen. Scheiße, wohin? Oh, irgendeine Krache. Wir los Beracht. Wir los. Wir los. Wir,lich, können wir. Wir los. WirD pretty.